der uns korrigiert und der uns sagt, das ist gut für euch und das ist nicht gut für euch. Wir können das nicht, das kann man überall sehen, wir können das nicht und wir schaffen das nicht alleine. In Maßen schaffst du das, das ist eine Frage des Trainings, wie gesagt, aber in der Regel schaffst du das nicht alleine. Und deswegen brauchst du einen, der dir dabei hilft und der dir die Unterstützung gibt. Und deswegen musst du dankbar sein, wenn du einen gefunden hast wie den Sheikh. Einen wirklichen, der in der Realität lebt, wie der Sheikh sagt, in der wirklichen Wirklichkeit, in der realen Reality. Und wenn du einen gefunden hast, dann lass ihn nicht los, verlass ihn nicht, sag nicht, ich komme jetzt mit allem nicht klar, ich suche jetzt irgendwas anderes, ich weiß nicht, das nervt mich alles. Du sagst das nicht, kannst du sagen, aber es ist gefährlich für dich und es ist auf jeden Fall nicht gut für dich, wenn du es tust. Besser ist, wenn du das, was der Sheikh repräsentiert und was der zu dir sagt und was für Ratschläge er dir gibt, dass du denen Folge leistest und versuchst, denen zu folgen. Wir haben gesagt, wir sind in dieser Welt hier und wir würden, der Sheikh hat das früher immer gesagt, in 100 Jahren saß keiner von euch hier und in 100 Jahren wird auch keiner mehr hier sitzen. Das ist für jeden klar, weil keiner 150 Jahre oder wie alt wird. So, das ist damit gemeint. Das heißt, diese Welt, die ist endlich. Das, was wir immer so denken, was unendlich ist. Wir leben ja in dieser Illusion, dass wir denken, es geht alles immer so weiter. Ich mache jetzt meine Schule, ich mache jetzt meine Ausbildung, dann heirate ich, dann kriege ich Kinder. Es geht immer so, immer weiter, immer weiter. Aber das ist ein Trugschluss. So ist das Leben nicht. Weil dieses Leben ist eigentlich nicht das Leben. Das ist nicht die Wirklichkeit und das ist auch nicht das Leben, sondern es ist eine Zwischenstation. Und diese Zwischenstation, was du auch immer da tust, du kannst alles machen. Sheikh Mehmet hat das kürzlich gesagt, du kannst alles machen, aber nur, wenn du Allah nicht vergisst bei deinem Tun. Wenn du an Allah denkst, kannst du alles machen. Es ist keine Frage von, bin ich Millionär oder arm, bin ich Handwerker oder Softwareunternehmer oder was auch immer. Darum geht es überhaupt nicht. Du kannst alles machen, aber du darfst Allah nicht vergessen. Das ist unsere Rettung. Und wie kann ich am besten sozusagen mich vorbereiten? Denn das ist die Aufgabe, wieso wir in dieser Welt sind. Wir sind nicht hier, um zu überlegen, habe ich ein Mercedes oder ein Skoda oder ein Mercedes oder irgendwas anderes oder ein Fahrrad oder gar kein Auto oder wie auch immer. Das ist alles letztendlich unwichtig. Und nicht nur zweitrangig, sondern ich sage mal hundertrangig oder noch mehrrangig. Unwichtig ist das. Es ist so, wie es ist. Und wie kannst du dich vorbereiten? Und ein Ratschlag von unserem Scheich ist gewesen, du kannst dich vorbereiten, indem du Geduld übst. Richtig Geduld übst. Und geduldig bist. In all deinem Tun. Das bezieht sich nicht nur auf eine spezielle Situation, sondern in deinem ganzen Leben. In deinem ganzen, ganzen Leben musst du geduldig sein. Allah sagt, unser Scheich hat das gesagt, Allah sagt, wenn du das verinnerlichst, wenn du das tust, geduldig sein, wirkliche Geduld üben, dann ist das mehr wert, als alle Gebete von allen Menschen, von allen Engeln, von allen Jinn, von Anbeginn der Menschheit bis zum Ende. Ist mehr wert, wenn du das willst. Und so einen hohen Stellenwert hat die Geduld. Und der Scheich sagt, es gibt, oder man kann das einteilen, es gibt drei Arten von Geduld. Die eine Art von Geduld ist, dass du geduldig bist, ich habe es eben gesagt, an der Kasse wartest im Supermarkt und nicht ausflipst, weil da vor dir einer sein Geld sucht oder so. Da kannst du das gut üben an solchen Dingen. Oder du stehst in der Behörde und es geht einfach nicht vorwärts und du siehst, die quatschen privat oder so. Ja, dann tun sie das eben. Dann kannst du auch geduldig sein. Die zweite Art, also all diese alltäglichen Dinge, würde ich mal sagen, da kann man das sehr, sehr gut überall üben. Die zweite Art der Geduld ist, dass du verhinderst, das zu tun, was nicht gut für dich ist, sprich, was heram oder was falsch ist. Dass du nicht dem anderen Geschlecht hinterher schaust und dir deine Gedanken machst. Oder dass du dir überhaupt Gedanken zu irgendwelchen Dingen machst, die dich nichts angehen. Das ist ja auch sehr vielfältig. Aber dass du dich einfach von dem Verbotenen fernhalst und versuchst, das Erlaubte zu tun. Es ist immer ein Versuch ja für uns, wir versuchen das ja. Keiner kann, glaube ich, sagen, bis zu ganz wenigen Ausnahmen, er macht das zu 100%. Deswegen, wir versuchen, das ist ein Training. Jeden Tag versuchst du und jeden Tag wirst du besser, wenn du versuchst. Und die letzte und die höchste Stufe ist, dass du gewahr bist, wie Allah im Heiligen Koran geschrieben hat. Wir haben die einen geschickt, wir haben einige von euch geschickt, um die anderen zu prüfen, zu testen. Und das kannst du auch gut an so Häusern oder an so Zusammenkünften wie hier der Osmanischen Herberge sehen. Aber das kannst du auch überall sehen. Aber hier sieht man es besonders gut, dass du nicht ausflipst, wenn du einen Test bekommst. Dass du das persönlich nimmst, sozusagen, ich bin jetzt persönlich angegriffen, ich bin dem jetzt sauer, mit dem spreche ich nicht mehr. Das ist Test sechs Sätzen, nicht bestanden, wenn du so reagierst. Das ist doch nicht annehmen. Oder ist das annehmen? Annehmen ist ja, Bruder oder ja, Schwester. Es ist jetzt so, wenn du das nicht tragen kannst, dann gehst du weg und sagst gar nichts. Aber wichtig ist, dass es diese Stufe, dass du auch nicht nur nichts sagst, sondern dass du das auch in deinem Herzen drin hast. Dass du nichts da drin hast. Sondern, dass du sagst, okay, Allah schickt mir den Test. Ich guck doch mal, wieso schickt der mir den jetzt? Wieso bringt der mich jetzt auf die Palme mit diesem und jenem? Wieso ist das eigentlich so? Vielleicht findest du dann raus, dass das in Wirklichkeit um dich geht bei diesen Sachen. Vielleicht ist das dein Ding. Um mit dem Sheikh zu sagen, es ist nicht vielleicht dein Ding, sondern es ist 100% dein Ding. Weil es gibt überhaupt keinen Grund, mit anderen in irgendeiner Form in Streit oder dergleichen zu leben. Und es gibt auch keine anderen Feinde, außer den Feind in dich selbst. Außer die vier Feinde, die wir haben in dir selbst. Gibt es überhaupt keinen Grund. So. Das kann jeder an sich selber ausprobieren. Tag für Tag, Minute für Minute und Sekunde für Sekunde. Und willst du dich vorbereiten, dann versuchst du das und sagst, du ist mir alles wurscht, egal. Dann machst du es eben nicht. Aber in der letzten Wohnung wirst du die Konsequenz hundertprozentig von diesem Letzteren von mir geschilderten erfahren. Denn du hast dich nicht vorbereitet. Und das hat Konsequenzen. Das hat der Sheikh gesagt, wenn du das nicht machst, es wird Konsequenzen haben für euch. So, dann hast du vielleicht ein gutes Leben hier auf der Welt in der Dunja gehabt. Aber was ist dann, was dann kommt? Deswegen ist es ratsam, diesen Ratschlag, wie viele andere Ratschläge oder wie alle Ratschläge natürlich, der Sheikh zu beherzigen. Aber es ist schwer und wir müssen üben und trainieren und uns immer darüber Gedanken machen. Deswegen ist es wichtig, Allah hat nicht umsonst gesagt, kommt zum Jumma und hat das für Männer zum Beispiel verpflichtend gemacht. Weil im Jumma wird immer wieder darauf hingewiesen und wird immer wieder gesprochen. Wenn das alles nicht notwendig wäre, dann hätte er auch den Koran auf die Erde senden können, hätte ein paar Bücher senden können. Dann macht mal selber irgendwas. Nee, so funktioniert das nicht. Es funktioniert einfach so nicht. Es gibt ja viele im Internet, die glauben, dass das so funktioniert. Sind alle auf dem Holzweg. Guckt euch die Seiten nicht an. Aber wir haben mal eine Zeit lang die Seiten angeguckt. Da krauseln sich die Haare. Und da siehst du genau das, die denken, wenn sie da sich hinsetzen und ein bisschen was gelesen haben und vielleicht Arabisch können oder was auch immer, dann denken die, das sind Ratgeber und können den Menschen wirklich Hilfe geben. Und das funktioniert so nicht. Der Sheikh hat gesagt und jeder, denke ich mir, von uns hat das auch schon erlebt, es funktioniert tatsächlich so nicht. Das ist ein Trugschluss und das ist ein Irrweg. Ein richtiger Irrweg, wo du auf Abwege geführt wirst und der dir letztendlich nur schadet. Deswegen lass das mit dem Internet. Das kann man zur Entspannung machen, wenn man vielleicht mal, weiß ich nicht, kann man es meinetwegen machen, ich weiß es nicht. Aber besser ist, sich damit gar nicht zu beschäftigen. Wir haben die glückliche Situation, wir haben den Sheikh Hassan hier. Wenn du eine Frage hast, frag den. Der ist ständig, rufen Leute an und sagen, ich will dies und jenes wissen. Der macht nichts anderes als genau das. Ratschlag geben, guter, aufrichtiger Rat. Wir haben den hier. Da muss man nicht ins Internet gehen und sich von irgendwelchen obskuren Gestalten irgendwelche Ratschläge geben lassen. Was soll das? Der Sheikh hat nie gesagt, mach das so. Der Sheikh hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass er gesagt hat, Einer, der Rat geben will, der muss das auch können und der muss das auch dürfen. Nicht nur können, sondern der muss das auch dürfen. Der muss von irgendwem eine Erlaubnis haben, das zu tun. Wo haben diese Gestalten, die da das tun, wo haben die ihre Erlaubnis? Da findest du nichts drüber. Einer, der ist ziemlich bekannt, den schaue ich schon mal an, der sagt dann zum Beispiel, ich habe meine Inspiration gekriegt, ich muss jetzt euch den Islam erklären. Ja, schön, gut, ist ja ein gutes Ansinnen auch. Ja, aber wo hat der seine Erlaubnis dazu? Wer hat ihm die gegeben? Was hat der studiert? Hat der sich damit beschäftigt? Hat der sich im Eigenstudium beschäftigt? Hat der von irgendwem, in Arabisch sagt man, Ijazah, von einem Sheikh eine Lehrerlaubnis, eine Lehrbefugnis bekommen? Hat er das? Hat er nicht. Wird nichts drüber bekannt gegeben. Ja, was mag das für einer sein? Und was wichtig ist, ich glaube, das hat der Abdelmalik letzte Woche gesagt, du findest bei den Leuten, findest du vielleicht 99 Prozent das, wo du dann sagst, das geht mir dann persönlich auch so, das hätte der Sheikh auch sagen können. Dann denkst du irgendwie, ja, der ist auf der gleichen Linie. Und dann kommt ein Satz oder ein Aspekt, wo der irgendwas ganz komisches sagt. Und dieser eine Aspekt macht ihn 99 Prozent kaputt. Der macht ihn kaputt. Das nützt dir nicht. Und was noch viel schlimmer ist, es schadet dir sogar. Weil du kriegst Verwirrung in deinem Kopf durch solche Leute. Lass uns nicht verwirren. Ja, Allah, gib uns das Signal und gib uns das Zeichen, wen wir fragen können, wer autorisiert ist, wen wir um Antwort bitten können. Und wenn du keinen anderen weißt, geh zu Sheikh Hassan. Wenn keiner in deiner Nähe ist. Oder wenn du in Istanbul bist, geh zu Sheikh Mehmet. Oder geh zu denen, die die Erlaubnis haben, Fragen zu beantworten und Ratschläge zu geben. Dann bist du auf der sicheren Seite, weil die haben die Erlaubnis. Die haben das Training. Und die haben die Erlaubnis, das zu tun. Und die tun das auch. Und das ist deren Hauptaufgabe. Oder eine der Hauptaufgaben. Möge Allah uns immer auf dem richtigen Pfad halten. Wie Sheikh Nazim immer sagte, wenn ihr nicht wisst, geht den Weg der Mehrheit. Geht den Weg, den Mittelweg. Geht nicht ins Extreme. Geht nicht dahin, guckt nicht da. Das kann man alles machen, aber bleibt auf dem, was die Mehrheit macht. Wenn man das, wenn nur diesen Ratschlag alle Muslime beherzigen würden, dann gäbe es keinen Salafismus. Dann gäbe es keine Moschee wie in Deutschland, wo eine Frau offiziell die Vorbeterin ist. Das gäbe es alles nicht. Das sind Einzeldinge. So, da kann man darüber Meinungen haben, wie man will. Aber wenn man nur diesen Ratschlag geht, was die Mehrheit macht, gäbe es das nicht. Würde man das lassen und das lassen. Ohne nachzudenken, ohne Gelehrter zu sein, ohne sich selber inhaltlich damit zu beschäftigen. Alleine dieser Ratschlag würde uns alle einigen. Das wäre im Grunde das Paradies in dieser Dunja-Welt. Wenn das so wäre. Aber so ist es nicht. Wir haben den Scheich. Wir hoffen, dass er lange gesund bleibt. Dass er uns lange Rede und Antwort steht, wenn wir Fragen haben. Dass er uns hilft. Dass wir seine Juba, wie wir es gesagt haben, nicht loslassen. Auch wenn es manchmal schwierig ist. Und dass wir ihn oft sehen können. Dass wir oft mit ihm zusammen sein können. Dass wir nach Istanbul reisen, nach Levke reisen. Dass wir das Makam von Chechnasien besuchen. Die Heiligen besuchen. Und dass wir auf diesem Wege in Sicherheit sind. Und in Sicherheit, in relativer Sicherheit, in die nächste Welt kommen. Und in das Akhirah. Amen. Alla, Alla. Alla, 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 Alla.